Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Sobald wir fünfmal das Jonassie-Gesicht gefunden haben, müssen wir jetzt Jonassie den Ersten, ich vermute, das ist der echte, finden. Ich nehme mal an, dieser hier, der ist bei Pleasant Park zu finden, das heißt ab nach Pleasant Park. So, der uralte Jonassie oder Jonassie der Erste befindet sich im Pleasant Park und zwar in diesem Haus ganz unten im Eck. Wenn ich alles täusche, ich glaube auch nicht, dass der rumläuft. Also ich behaupte mal, das ist Jonassie der Erste, dann bin ich da mal schnell hin und für Rats oder Rats die Aufgaben lösen. Und dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde mir vorstellen, dass danach noch eine Aufgabe kommt oder mal wieder zu Rats. Ja, oder Rats, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Ja, AZ, Rats, ja, Rats. Wieder zurück muss. Kommen aber schon ein paar Kollegen mit. Ja, und zwar auch in dem Haus, ist klar. So muss das sein, ich will jetzt auch mit dem Typen Quatsch, der Rest ist mir wurscht. Das war's, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge, macht's gut.